Kurz nach sieben, die heutige Ratssitzung ist zu Ende. Es ging relativ schnell, obwohl wir wichtige Themen auf der Tagesordnung hatten. Absoluter Schwerpunkt heute war der Bereich Mobilität. Wir haben zweieinhalb Jahre an einem Mobilitätskonzept gearbeitet und ist heute beschlossen. Um was geht's? Wir wollen in Neuss mehr Radverkehr, mehr Fußgängerverkehr und mehr Bus- und Bahnverkehr. Und dazu werden wir jetzt einzelne Maßnahmen auf den Weg bringen, um das in den nächsten Jahren umzusetzen. Dazu gehört ein On-Demand-System. Das sind Verkehrsträgerbusse, die man eben abrufen kann übers Handy. Schwerpunkt im Neusser Süden, wo die Erschließung mit den normalen Bussen nicht so gut ist. Wir werden mehr tun für Radverkehr, Fahrradabstellboxen, Mobilitätsstationen. Wir wollen aber auch, dass die Innenstadt profitiert und werden deshalb auch die Straßenbahnen im Innenstadtbereich gratis fahren lassen. Ganz, ganz viele weitere Maßnahmen runden das ab. Das ist ein großes, wichtiges Konzept. Und ich glaube, da bringen wir was auf den Weg, was wirklich wichtig ist für die Verkehrsentwicklung in der Stadt Neuss. Mobilität war natürlich nicht das Einzige, was wir heute beraten haben. Wir haben auch konkrete Maßnahmen gemacht für mehr Kinderspielplätze in Neuss. Wir werden im nächsten Jahr 400.000 investieren in verschiedene Spielplätze. Und da ich schon älter bin und mir das nicht so gut merken kann, lese ich es einfach vor. Es geht um die Spielplätze im Märchersfeld, im Gnadental, auf dem Wehresweg, am Dormannsbusch, Grimlinghausen und am Hamthorwald in der Innenstadt für insgesamt, wie gesagt, 400.000 Euro. Sorge macht uns natürlich alle die steigenden Energiepreise. Nicht nur privat, sondern auch für die Stadt und für die sozialen Träger ist das ein großes Problem. Deshalb haben wir gesagt, wir wollen, dass ein Schutzschirm gespannt wird. Für diejenigen Träger von sozialen Einrichtungen, wie beispielsweise Kitas oder OGS, wollen wir die Zusage geben, dass versucht wird, dort zu helfen, wo wirklich Not am Manne ist. Wo möglicherweise Strukturen wegbrechen könnten, weil man die steigenden Energiekosten nicht mehr bezahlen kann. Deshalb wird der Bürgermeister zusammen mit dem Kämmerer jetzt ein Konzept entwickeln, wie wir da helfen können. Aber wir brauchen natürlich auch weiterhin die Hilfe von Bund und Land. Alleine als Stadt werden wir es nicht stemmen können, aber wir tun, was wir machen können. Leider schon wieder Thema in dieser Woche war die Situation des Kaufhofs. Wir haben in der Zeitung gelesen, dass es möglicherweise auch mit dem Standort Neuss Probleme geben könnte, dass er nicht erhalten bleiben kann. Deshalb hat der Rat nochmal bekräftigt, dass wir natürlich wollen, dass der Kaufhof als wichtiger Handelspartner in der Innenstadt erhalten bleibt. Es gibt erste Signale, die dafür sprechen, dass dies auch gelingen kann. Wir haben auch nochmal den Bürgermeister beauftragt, mit den handelnden Akteuren, mit dem Betriebsrat etc. zu sprechen, um zu schauen, ob wir als Stadt was tun können, damit der Kaufhof in Neuss erhalten bleibt. Das waren ein paar Themen, die wir heute in der Ratssitzung hatten. Nächste Ratssitzung ist Mitte Dezember. Da wird es um den Haushalt gehen für das Jahr 2023. Da werden die Haushaltsreden gehalten und dann werden wir uns danach natürlich wieder melden. Bis dahin, schönen Abend. Bis dann.